Ja, ich mach dir das eben auf. Ja, warte, ein Tellerchen, wir brauchen ein Tellerchen. Ach, soll ich dir eben übers Futter machen? Stört dich auch nicht, ne? Guck mal, oh, ich hör die Stella schon wieder knurren, ne? Die ist Banane. Mh, ne? Ja, lecker, lecker, lecker Schnumki, ne? Ja, ist fein, ne? Kriegt Paulinchen auch gleich eins, ne? Mh, die Stella, knurr, knurr, knurr. Die hat Angst um ihren komischen, angeschmorderten, angesabberten Kauknochen. So, was?